Ja, dann mach du den. Die wollen nicht drauf. Ja, doch. Das ist richtig nässig. Da freu ich mich drauf. Und wir gehen unter den Kopf. Ja, ja. Wir gehen unter den Kopf, ja. Ja, ja, doch. So, sag mir gut, schließt ihr das? Geh los? Ach, mir geht einfach nicht. Nein, ihr mit. Das geht doch gar nicht. Warum nicht? Dann kriegst du raus. Ja, kriegst du raus. Ich bin aber schon auf einer gewesen, die geht über Kopf. Ja. Ist immer gut schön. Das ist aber auch wieder mein Liebling. Das ist auch sehr schön, ne? Deine Bleuschen bist du. Wie ist es? Ja, wir haben schon fast alles hier. Ja, da. Sie wie viel ist. Ja, ja. Absolut geil gemacht. Ah! 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 Das sind die Jungen! Ah! Ah! Hey! Okay, sag mal weiter, kannst du auf PowerRide E-Titel! Na! Guck mal! Danke schön! Wenn du kotzen musst! Nein, ich glaube es nicht! Ich liebe das! Emma! Ich mag es auch total! So, runter! Und jetzt wieder aus! So, jetzt haben wir die Jungen! Komm! Das ist doch richtig cool! Das ist doch richtig cool! Fahrt mal da! Das ist doch sehr schön! So mal zu fahren! Das finde ich auch! Ich bin froh, wenn du etwas zu trinken hast! Ich glaube so ein Durst! Was für Durst? Oh ja! 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 Wuuu! 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 Das gibst du ab, mein Schatz? Nein! Nein, gar nicht! Warum? Oh! Komm mal! Komm mal! Mach gar nichts mehr! Das sind die Arten hier! Die Plaschlufe! Die Bramse! Alles ok? Alles klar, die Haare sitzen! Ja, noch immer!